Bei der Heim-WM möchte man alles heraus holen, das man irgendwo zur Verfügung hat. Wir haben uns darum auch gedacht, dass wir uns noch spezieller vorbereiten, als wir das auf jede andere Saison machen. Wir setzen im physischen Bereich gewisse Akzente. Wir versuchen uns mental bereits im Sommer mit der WM auseinanderzusetzen und uns speziell darauf einzustimmen. Einfach alles dafür zu tun, dass wir bei der Heim-WM am möglichst erfolgreich sind. Wie wichtig waren die doch schönen Resultate beim Weltcup-Finale als WM-Generalprobe? Die Resultate waren enorm wichtig. Wer vor Ort war, hat gemerkt, wie eine Stimmung entstanden ist, wie eine WM-Vorfreude entstanden ist. Das alles kann man nicht kreieren, einfach nur mit einer WM als Datum vor Augen, sondern mit einer richtigen Vorfreude. Und die kam erst dann so richtig auf, wo wir auch sehr schöne Resultate eingefahren haben. ... ... Vielen Dank.